Was ist Erreger von Krankheiten, insbesondere multiresistente Mikroorganismen, stellen eine nicht unwesentliche Gefahr im heutigen Krankenhausalltag für Patienten und Patientinnen, aber auch für das Personal dar. Daher ist ein gutes Abfallentsorgungssystem, das sich gut in unsere Abläufe einpasst, unerlässlich und damit auch für die Sicherheit von Patienten und Patientinnen und auch für das Personal sorgt. Das Medica Hygienesystem ist eine moderne und nachhaltige Lösung zum Management und zur Desinfektion von kontaminierten Krankenhaus- und Laborabfällen. Es basiert auf den Grundsätzen Infektionsvermeidung und Umweltschutz. Durch die Desinfektion der Abfälle mit dem speziellen Mikrowellenverfahren direkt am Entstehungsort wird die Infektionsverbreitung in den öffentlichen Bereich ausgeschlossen und die innerbetriebliche Hygiene verbessert. Den alltäglichen Problemen in Laboren und Kliniken begegnet das Medica Hygienesystem und stellt ein zuverlässiges Verfahren zur Infektionsvermeidung und zur Dekontamination infektiöser Abfälle bereit. Durch Sammlung, Transport und Desinfektion im stichfesten Meditäner Abfallbehälter wird das Personal vor Verletzungen und Infektionen geschützt. Die einfach zu handhabende Sammellogistik mit dem Meditäner Abfallbehälter ermöglicht berührungsloses Einwerfen von infektiösem Abfall. Dadurch werden Kontaminationsmöglichkeiten durch Handberührung ausgeschlossen und das Personal hat beide Hände frei für die Abfallmanipulation. Kontaminierte, spitze und scharfe Gegenstände werden im stichfesten Nadelboxen entsorgt und diese anschließend in den Meditäner Behälter eingebracht. So landet der Abfall ohne Gefahrenquellen im Meditäner Abfallbehälter. Überall im Krankenhaus fallen kontaminierte und infektiöse Abfälle an. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Abfallmanagement-System, das die Entsorgung dieser Abfälle einfach und kontrolliert ermöglicht. Dabei werden die Gefahren, die von infektiösen Erregern ausgehen, bestmöglich eliminiert. Das Medeca Hygienesystem ist sowohl für kleine Laboreinheiten sowie große Kliniken, aber auch für Forschungs- und Produktionsinstitutionen hervorragend geeignet. Nach der Entsorgung kann der infektiöse Abfall vom Personal einfach und sicher von allen Klinik- und Laborbereichen zum Medistar Abfalldesinfektionsgerät transportiert werden. Es kann zu keiner Kontamination durch austretende Flüssigkeiten aus den Abfallsäcken kommen. Die ausgereifte Medistar-Technologie verlangt geringsten Installationsaufwand. Die Behandlung des Abfalls erfolgt direkt im Sammelbehälter, der durch das einzigartige Front-Ladesystem leicht in das Medistar-Gerät eingebracht werden kann. Das gefährliche Hantieren mit Abfallsäcken entfällt, wodurch Keimverschleppung verhindert und das Bedien- und Entsorgungspersonal geschützt wird. Die spezielle patentierte Medistar-Mikrowellentechnologie erhitzt den Abfall schnell und effizient von innen heraus. Dabei wird die Temperatur im Behälter stetig gemessen und eine vollständige Abtötung der Keime gewährleistet. Die Desinfektion des infektiösen Abfalls mit den Medistar-Mikrowellengeräten erfolgt besonders effektiv und ressourcenschonend, sodass im Vergleich zu alternativen Verfahren um ein Vielfaches weniger Energie und Wasser benötigt wird. Die erfolgte Desinfektion wird elektronisch sowie über einen integrierten Etikettendrucker dokumentiert. Nach der erfolgreichen Behandlung markiert das Personal den Abfallsack mit einem Etikett, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Zyklusdaten können über eine USB-Schnittstelle oder einen Datenleitungsanschluss auf eine zentrale Rechner-Einheit übertragen werden. Mit der separat erhältlichen Malister-Software können alle Zyklusdaten auch am PC angezeigt und ausgewertet werden. Nach der erfolgreichen Behandlung im Medistar-Mikrowellen-Desinfektionsgerät können ungefährliche hausmüllähnliche Abfälle sicher an das Entsorgungsunternehmen übergeben werden. Das System von Medica sorgt in unserem Krankenhaus für einen sicheren Umgang mit infektiösem Abfall. Wir haben damit Geräte, die sind einerseits wartungsarm, sie sind ausfallsicher und sie sind auch einfach in der Bedienung. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit diesen Geräten äußerst erfolgreich und wir sind damit auch bestens für die Herausforderungen in der Zukunft gerüstet. Das System von Medica sorgt für die Herausforderungen in der Zukunft gerüstet.